Musik 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 Ah, jetzt hat er aber schon die Meldung auch bekommen Er kommt Er kommt auf jeden Fall hinterher Ja Ich hab den Logger gerade nicht Schieß ihn ab Ja, er hat noch nix gemacht Ja, das ist ihm egal So kommt's vorm Ziel Das ist Stranger Mission Wenn er so in meine Richtung kommt Jetzt haben wir gleich wahrscheinlich wieder eine Schießerei Das kann durchaus sein Ja Oh Scheiße, ne? Ich stand hier Oh 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 Idiot Oh Oh Er hat Slippery Oh Er hat Slippery Ja, okay Deswegen haben wir nicht getroffen Ja, ich Ich quip mal meine Tomahawk Oh, die haben Explosiv Munition Ah Benutzte sie schon Oh 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 Was sagt der eine ist tot Was mit dem Slippery benutzer Oh Wer hat mich denn da Ich hab eine Ne Ich Ne Ne Das Mö Oh Tok Ah, der Flipperer ist fast lippig, ne? Die sollten wirklich alle Karten rausnehmen. So, wo ist der andere hingeritten, hat er Schiss, der andere reichte gerade weg. Wo ist der andere denn, versuch doch von hinten. Der andere reitet weg. Wollen sie auch nicht mehr, weil sie nicht snipen können. 2042 Ja, ich hab einmal kurz Dynamit bei dem Slipperer genutzt. Danke. Der andere verpasst sich glaub ich. Oder hat der gerade keinen Karten gefehlt oder so. Wo ist dann sein Freund? Steckt er sich da hinten? Und da bist du auch schon Geschichte. Allah! Wo ist denn... er kommt mit irgendein Wagen oder so? Ja, der andere von deren Trupp wär ist weggerannt. Wie n kleines Mädchen. Da hat er eine Kutsche geholt. Und was will er damit? Ich hab keine Ahnung. Ich glaub das war unsere. Oh, ich glaub der eine hat die Bälle verlassen. Ne, hä? Sind wir bei ihren Crips. Ich glaub Crips will auch. Crips ist tot. Ich glaub die machen grad eine Versorgung. Ah Crips ist tot. Hab sie aber kaputt gemacht. Crips ist tot. Ja ist noch blauer also. Schieß auf mich, komm her. Oh der eine hat so verhandelt. Ah, versteckt er sich jetzt. Ich muss mich einfach pissen. Ich hab Gesetzeshüter. Ich komm aber zu dir. Tor. Wo ist sein Freund denn? Versteckt er sie? Was ist jetzt? So. Ach wir sind im Camp. Versuch's doch nicht. Wo ist denn der Freund von ihm da? Oh. Hold action. Hat er's hingekriegt. Oh. Hold action. Oh. Oh. Ah sind wir blau. Oh. Auch nicht lange. Ah. Hat er mich abknallen können. Oh. 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 Wo verpissen sie sich? Nö Achso, aber ich bin dann größer, was macht ihr? Ja, komm doch, oder ist sie an? Es kommt, weil sie hier im Camp sind, die blöde Köpfe Und wo ist sie? Kommst du da klar? Ja Hast du, der andere ist in Verhandlung gegangen? Und versucht das nicht zu schießen Ja Oh, Explosiv Muni Trotzdem hat er mich nicht gekillt Oh, hier gibt's Eier Ja Oh, ist er denn? Dann ist er Ja 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 Oh, von allen Seiten werde ich aufs Korn genommen. Ah, ist das nicht schön. Können nichts da. Oh, low level. Da kommt der nächste schon wieder auf ihn zu. Hey. Ey. Bist du auch noch irgendwo hier und hilfst? Oder was ist los? Ich hab hier gerade drei Stück die ganze Zeit auf mich hier. Ich hab den einen gerade hier gequillt. Oh, witzig. Wo sind sie denn? Wir sind jetzt im Camp. Er ist bei der Brücke. Der eine ist auf der Brücke. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was er da versucht hat. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Oh. Kommen alle auf mich. Ja, auf mich jetzt auch. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Nein, sie sind gerade hier nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Oh, danke. Oh ne, der hat nur ein anderer Spieler, glaub ich. Oh, danke. Wo bin ich denn jetzt gespunen? Komme wieder. Ich hab halt kaum noch Munitionen. Versuch mal ins Camp zu kommen. Oh, okay. Oh, ich werde auf der anderen Seite gespawren. Oh, mach doch deinen Scheiß aus. Kannst du auch? Oh. 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 Ach, die sind so schlecht. Wie viele sind das denn jetzt? Das sind vier. Bin ich immer noch hier hinten? Da kommen sie alle. Ja, alle drei auf der Brücke. Sollen sie da rüber kommen. Sollen sie da rüber kommen. Showpoint. Ja, wenn sie es unbedingt wollen. Ja, weil wir auch auf der Brücke stehen, ihr Idioten. Sollen sie rüber kommen. Sollen sie rüber kommen. Ja. Ist schon tot. Ja. Versuchen sie das jetzt. Ja, da kommt noch einer. Ja, ja. Ja, von der Eingreif ist noch nicht. Oh. Ja, jetzt kommen sie zu drüber. Soviert. Immerhin zwei gekillt. Killed. Ja, kommst du angeritten? Ja. Nach einem. Ja, genau. Hey. Wer auch immer das war. Warte, ich komme sofort. Ich habe euch jetzt nicht der Fall schon mal angelegt. Ich habe euch jetzt nicht der Fall schon mal angelegt. Ach ja. Das dauert wieder ewig mit diesen Leuten. Oh. Ich habe auch schon alle gemeldet. Ja, ich noch nicht. Wo ist denn der? Wer mit seinem Pferd? Das dauert wieder nicht. Sag mal. Sag mal. Ihr wisst schon, dass ich der bessere Sniper bin, oder? Ja. Ich habe gerade euch alle abgeknallt. Genau. Genau. Idiot. Oh, kein Wunder, dass eine Waffe nicht richtig schießen. Verstecken sie sich jetzt hinter ein Dingens irgendwo. Oh. Ah, ich sehe ihn. Ja, der eine ist hier bei mir. Gut. Aber die beiden haben gerade nicht geschossen. Die standen hier einfach unter dem Raum. Ja, komm doch. Ich kann mich auch verstecken hinterm Baum. Idiot. Da nützt du dein Dark Eye auch nützt. Das ist so lecker. Meine Ehre geht's da komplett runter gerade. Da ist sowas von egal. Komm, pick up. Hunger. Ich habe keine Munition mehr. Doch nicht. Ich muss gerade auf High Velocity umschalten. Ich glaube sonst gar nicht mehr. Oh. Bäh. Entschuldigung. Alles gut. Bäh. Entschuldigung. Bäh. Bäh. Wie. Guck mal, das ist ein Herz. Wird das denn? Wird das denn? Ach, da kommt er wieder angeritten. Ja, das bringt dir nix. Ich kann snipen. Der nächste mit dem Pferd. Auch tot. Das sind so schlechte Taktiken, die die anwenden. Ich hab keine Menüze. Das Problem hat ich auch. Vor allen Dingen ist meine Waffe komplett runter jetzt. Meine auch. Scheint nur noch einer zu sein, oder? Nein, die sind alle bei mir hier. Was so? Du meinst von hinterm Bauern aus, alle auf mich einzuschießen. Oh, versteckst du dich? Ich komme zu dir rüber. Ja, ich hab eingekillt. Das ist nicht der Waffe. Nein, ich auch. Fuck. So, ich hab ihn gekillt. Snipen können sie nicht. Wenn, dann basiert das alles auf Glück, was sie da machen. Die stehen hinter den Bäumen und gucken hervor und ich kann die trotzdem noch killen. So. Wie dumm sind das gleich. Boah, die mit ihrer Brandmunition, ne? Und trotzdem gekillt. Hinter den Bäumen verstecken. Die sind so dämlich. Ja. Wie lange geht das jetzt schon? Eine halbe Stunde bestimmt. Ja. Die kommen auch gar nicht mehr raus. Die Taktik mich mit anreiten hat ja nicht funktioniert. Da war doch einer. Ne, doch nicht. Ah, da sind sie. Sonst kommt doch auch zu mir. Dann kommen sie da hinten raus. Ich seh den einen da schon wieder. Ich seh euch. Da kam der Schuss dann hin. Ach, wir sind da gar nicht in meinem Trupp. Wie, wir sind nicht mehr in einem Trupp? Nein, in meinem Trupp. Und gekillt. Oh, einer versucht mich wieder zu flankieren. Wie geht das wohl her? Idiot. Ist das einer von denen? Nein, keine Ahnung. Die gehen hier die ganze Zeit zur Zeit auch nicht los, ne? Ja, ich habe hier auch zwei. Kannst du nicht zwei handeln? Wenn einer die ganze Zeit ein Bandmenu, das ein bisschen kritisch ist. Ja, die wird er ja irgendwann da nicht mehr haben. Oh. Aber ich glaube, er hat gerade seine letzte verschossen. Oh, die Menü. Ich hoffe, hat man ein Pferd. Ich komme wieder zu dir. Oh. Er hat, er hat mich mal gekillt. Yay. Ach, gönn den das doch mal. Braucht man mein Pferd. Was soll der denn da hin? Was soll der schlafen? Ha! Wo ist er? Ach, schon wieder hinterm Baum. Hab dich, du Vollpfosten. Dann stirb jetzt. Oh, so ein Kumpel. Seid ihr beide gestorben? Habt ihr es nicht hingekriegt? Oh. 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 Das tut mir so überhaupt nicht leid. Ich brauche mal Munition. Oh, er hat es hingekriegt. Mit bold action sogar. Ich halte sie wieder an. Ich hole ihn. Oh, Baxelot steht da hinten. Mal sehen, ob sie gleich mal ein Pferd kann. Bestimmt. Ja. Das sind so schlechte Sniper. Verstecken sie hinter Bäumen und ich erwischt sie trotzdem noch. Ja. Oh, ist dein Pferd tot. Oh. Du bist mit den zwei da hinten beschäftigt. Ja. Oh, hier vorne gibt es Eier. Ich weiß gar nicht, warum die das so oft versuchen. Da ist schon wieder einer tot. Ach, die müssen wir snipen lernen. Ich meine, ich bin nicht der Beste im snipen. Aber offensichtlich nicht gut genug. Ah, ich weiß nicht. Wo ist snipen? Geht eigentlich. Vor allen Dingen stehe ich hier nur noch. Und warte drauf. Eine versteckt sich wieder irgendwo. In den Gebüssen. Sag mal, du hast aber da Probleme, kann das sein? Ja, die haben wieder Brandmunizieren. Das ist halt ein bisschen scheiße, wenn sie dann einen auf den Boden hauen und dann... Naja, ich weiß. Ich seh dich, Freundchen. Du bist tot. Und dein Freund ist direkt dahinter? Naja, er kommt von der Boden nicht. Oh, ich fang jetzt auch an zu snipen. Ja, das können die nicht, deswegen... ...beschränke ich mich aufs Schneifen gerade. Ich frage mich, was der andere jetzt wieder versucht. Ach, der ist... Der sitzt wieder hinter irgendeinem Baumstumpf oder so und schießt er auf mich. Jetzt seh ich die Beine nicht mehr. Ach, Krips hat auf mich geschossen. So, ich hab dich abgeknallt, Freundchen. Gut. Oh, ich dachte gerade, warum ist da so nah einer mit dir dran, das war ein Alligator. Hast du das gehört? Was? Ne, hab ich nicht gehört. Oh, Krips. Ach, ich hab dich... Und gleich... Ah ja, da geht's schon wieder los. So, der eine ist tot. Wo ist dein... ...und mein Freund ist da vorne, eigentlich. ...und da ist er auch schon tot. Wo spawnt er jetzt wieder? Wo spawnt er jetzt wieder? Wo will er denn jetzt hin? Ich glaub, die rennen gerade weg von mir. Ich hab eigentlich auch gar keine Lust mehr. Ich hab dich da gesehen, Freundchen. Ah, gekillt. Sein Freund ist da auch... Auch gedaunt. Ich... ...muss mein, äh... Nein, er belebt seinen Tag wieder. Nein! Nützt dir nix. Ich schieße es gleich eh wieder ab. Jut. Ja, es ist auch schon tot. Ich muss mal... Ah, die werden... ...immer näher bei dir gespawnt. Ja, ich, äh... ...muss mal eben meine Waffe sauber machen. Ist komplett runter. Ich krieg dir noch mal Schaden an. Oh, äh... ...rechnet's auch eben die Zeit, bis einer mich abknallt. Drei, zwei, eins, sag ich ja. Ah. Muss mal mein Pferd wegschicken. Wo sind sie denn? 100. Ich seh grad keinen. Ah, doch, dahinten. Idiot. Läuft immer in eine Richtung. Das war einfach dann. Da steht noch keiner. Hinterm Baum. Reitet er mich einfach? Nein. Also, was solltet ihr zu dem Pferd auch sterben? Hattest du es nicht mit reinziehen? Warum? Okay. Oh, ich hab kaum noch Munition. Ich muss schon auf meine Splitpoint umsteigen. Ich hab gleich wirklich null Munition. Oh, ich hab' mir noch... ...hast du da jetzt drei? Ja... ...hast du da jetzt drei? Ah, liegt hier nix hin. Oh, der kommt schon mit dead nix hin. Oh. Und der nächste. Ach, du bist auch wieder hier. Sehr schön. Ah, da kommt der nach. Ich hab ihn, während er da lang gerannt ist, abgeknallt. Komm einfach zu mir hier. Und dann, wenn sie ankommen, die werden ja alle in der gleichen Richtung gespawnt. Oh, noch nicht tot. Oh, einer kommt von hinten. Ich kümmere mich um die. Ja, die werden jetzt da beide gespawnt. Oh, einer hat mich. Ja. Welche Verhandlungen wurden beendet. Oh wow. War einer im Parley mit dir? Ja. Ja. Und so, so. Na, dann fährt man raus und mich wieder zugelegen. Spielt jetzt eh wieder. Ich seh grad niemanden. Warum wird es eigentlich nicht mal hell in so einem Spiel? Ich hab's noch nicht gelernt, dass ich der bessere Sniper bin. Schau, wir können dort annehmen. Stirb doch. Apropos der da, ich nehm' grad mal auf. Sind zwei weg? Ja, ich block's um. Oh, da ist sein Pferd. Da sind nur noch zwei, die immer am Wind. Schon stiften gegangen. Also nichts geschissen bekommen. Oh. Mann wird das ein gutes Video. Die werden so zerstört hier. Aber ich würde nicht auf die zukommen. Die, die können nicht von Distanz. Und ähm. Deswegen. Das, das, das musst du noch lernen. Die wollen es, die können nicht auf Distanz. Das heißt, die kommen an. Und bis die dann eine Lock-On haben. Mit Aim-Assist. Hab ich die schon längst mit einem Sniper gekillt. Ah. Der eine sitzt hier nicht hoch. Ja, einer sitzt da im Busch irgendwo. Hat kurz Dead Eye angehabt. Oh. Ja, jetzt kommt er näher. Ich seh ihn nicht. Ich seh ihn auch noch nicht. Ja, der, der, der geht. Ah, jetzt hab ich ihn gesehen. Ist hinter einem Baum. Wunderbar. Irgendwo. Ah, jetzt. Ich hab ihn gekillt. Einen hab ich gekillt. Was? Warum wirft er denn da was hin? Ich hab keine Ahnung. Ich seh dich wohl. Oh, mein Krips wurde versorgen. Ah, da raus. Pieck. Pieck auf. Na komm. Komm. Hinterm Baum weg. Ja. Und zack, bist du tot. Ich weiß, wie ich das mache, Freundchen. Nur kurz raus. Gepiekt. Der braucht nur zweimal pieken. Einmal paint ich ihn genau auf den Kopf. und danach schieße ich ihn ab, wenn er wieder rausguckt. Ja. Das gleiche Spiel nochmal. Hast du ihn nicht gelernt? Ja, das gleiche Spiel nochmal. Den. Hast du ihn? Er hat, glaub ich, wieder... Was ist das? Der andere ist? Der, ja, der andere ist... Keine Ahnung wo. Jetzt ist er da hinten wieder im Gestrüpp irgendwo. Oh. Ich weiß nicht, wo sein Freund ist. Ich leider auch nicht. Vielleicht war er das. Nein. Nein. Ja, das war ein anderer. Nvc oder so. Ich sehe. Ja. Bremse! Ich glaub schon. Ja, ne. Hehehe. Ah. Hat er nichts gebracht. Oh, ich glaub da ein anderer hat. Achso, ne. Kommen wir zu meiner Position. Ich bin gute Sicht eigentlich. Ist ja auch endlich mal Tag. Ja. Hast ihn schon? Ja. Ja. Ah, ist ein Trottich da hinten irgendwo. Ich hab ihn. Danke. Ah, wir kommen wieder näher zu deren Camp, glaub ich. Oh. Ah, da ist er doch. Ne, hinterm Busch. Ich drehe durch. Ah. Wo ist er? Oh, Alter. Ich hab ihn nicht gesehen. Ja, ich hab ihn gekillt. Ja. Ist wieder so... Blödes Tal. Ja. Setz mich hier hinterm Busch. Ah, ich seh dich da vorne. Nicht mehr viel Muni. Nein, ich auch nicht. Hast du ihn mit einem? Hm. Ich hab ihn. Oh, gut. Ah, der andere kommt auch schon. Ja, ich seh's. Oh, ich hab keine Muni mehr. Oh, exklusiv. Oh, anders geht's nicht. Ich muss jetzt reguläre Munition benutzen. Ja. Aber davon hab ich immerhin 200 Stück. Oh, der ist so'n Scheiße. Ich seh dich. Geh mal vor mir weg. Nicht, dass ich dann nicht schießen kann. Er ist hinter dem einen Baum. Hm, jetzt hat er sich bewegt. Er ist hinter dem anderen Baum. Ah, sniperfest. Mal wieder. Ich muss gleich, aber ich, äh, warte mal. Ich muss mal eben die Datei speichern, sonst verlier ich nachher noch Footage. Ja. So. Bin wieder dabei. Geben sie jetzt aus, oder? Äh. Okay. Ich hab dich. Wo ist der Truppenlieder? Der Truppenlieder ist weg. Oh, sind beide weg. Achso, ne. Ich glaub' er ist alleine jetzt. Nee. Zwei. Aber ich glaub' da einer hat sich verpisst oder da keinen Bock mehr hat. Na, die sterben auch noch. Nee, die sind beide noch da. Hab' gesehen. Aber sie kommen ja immer an. Sie wollen es ja unbedingt. Und sterben und sterben und sterben. Ich weiß gar nicht, was da noch der Spaßfaktor dran ist, wenn man immer nur abgeknallt wird. Ich hatte schon keine Lust mehr. Ich meine, ich, als derjenige, der die die ganze Zeit abknallt, hat auch keine Lust mehr. Das geht jetzt schon seit einer Stunde ungefähr. Und immer verstecken sie sich noch. Ähm. Exklusiv. Wahnsinn. Was hat er denn da hinten? Ach. Ach. Hast du schnell schießen können? Oh, mit deiner Expo. Ach ja. Wo ist denn der Token für? Ach. Ach. Ach, keine Ahnung. Ach. Wie kann man nur so schlecht im Snipen sein und das dann immer wieder so versuchen? Ja. Da bist du schon tot. Kommst noch niemals in meine Nähe, Freundchen. Ach. Ich hörte auch grad schießen, da hast du aber geschossen. Du hast die Innenfäschen. Ach. 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 Ach so. Du musst wohl das machen, bis man keinen Bock mehr hat. Ach. Wird sich doch bestimmt Tobi ärgern, dass er da nicht mehr dabei war. Nö. Haben sie jetzt aufgegeben? Nö. Nö. Oh. Ja. Ach. 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 A מה. izova dofurtoon in der né? Um tenho hope gast. Ach nee. Ashoito. Mir down here on the screen. Ashoito. Paletti join us damn oki. Ich war so glad. Do... humans am Bund? Ich war a reverber. Seid we go to here! Aw. Ja, jetzt stehen sie dann noch da drin. Mal sehen, ob ich auch mit Texte werde. Wann der Kopf? Wollen wir jetzt? Ja, genau. Wollen wir jetzt? Ja, genau. Komm schon. Oh, sind wir da blau? Ja, mal sehen, ob wir wieder anfangen. Ja, wo sind noch eins hier? Ach, weil das was? Oh, scheiße. Oh, keiner bewegt sich, keiner bewegt sich. Ja. Ja, die Bolle noch mehr. Habst du schon geschossen auf ihn? Ich hab auch nicht geschossen. Oh, die anderen. Ja, jetzt ist es auf jeden Fall wieder rot. Oh nein. Was haben sie da dran? Ja, unfassbar. Das sind so Leute, die werden nie aufhören. Ja. Bist du auch hier neben mir? Ja. Haben sie dich auch abgeknallen? Ja. Ich bin wegen dem Dynamik gestorben. Ich seh dich. Wo ist das? Daxelot, der gestorben ist? Nö. Sein Pferd. Bist du ja da hinter nem Baum wieder? Nö. Juki, ach nee, ich hab... Ich hab einen gefilzt. Ich seh dich auch gar nicht. Ja, einer versteckt sich hinter nem Baum irgendwo ganz hinten. Ähm, und dann kann ich ihn natürlich nicht allein jetzt. Ne, das ist ein NPC. Doch, ich kann natürlich auch nicht hier einfach nur so still rumstehen. Oh, oh. Ja. Ah, da seh ich ihn jetzt. Ja. Sehr schön, du hast ihn abknallen. Ich kann mich so in den Einschatz abknallen. Oh, oh. Versteckt sich da wahrscheinlich gleich. Guck da raus, in der. Hämmer in der Hand ist auch nicht mehr. Ich stehe ja im Offenen und die schaffen es nicht. Hämmer. Son of a bitch! Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, ich hab ihn auch grad abgeschossen. Na, ich hab den Kiki... Weißt du was? Ich muss unbedingt was trinken. Ich hab kein Wasser hier mehr stehen. Und ähm, ich hab ehrlich gesagt auch keinen Bock mehr. Machen wir weg? Ich geh... warte mal. Ich geh mal in den Game Chat und vielleicht reagieren sie. Oh. So, guys. What is your problem? You want to do the... Um, swimming. You're an idiot. You're both idiots. You get killed and killed and killed and killed. And you just get lucky with your kills. That's... Pretty embarrassing, to be honest. And this makes a great video. Just letting you know. Look for a video titled, Griefers Rockstun needs to ban. Oh, legendary. Animal. Da ist ein legendäres Tier. Hab ich hier gesehen. Ja, die haben... Sind rausgegangen oder so. Da haben sie mich gehört, dass ich ein Video von denen mache? Ich hab das nämlich gesagt. Ja, wahrscheinlich. Das Rockstun needs to ban. Ich hab den Titel dann auch schon gesagt. Sind die echt aus? Ja. Wie hieß der? Wie hieß der? Nee, Billy Crash hieß der dann. Und Buffalo irgendwas, oder nicht? Buffalo Bill hat, war auf jeden Fall immer dabei. Ja. 159. Und der andere, wie hieß der? Warte mal, ich geh einfach mal gucken, die Posse. View Posse. Ja. Billy Crash, ja. Billy Crash und Buffalo irgendwas. Da sind die beiden. Hast du gekillt? Nee, noch nicht. Ich sing gerade nirgends so weit. Ah. Ah. Ah, toll. Ich hab immer noch die Stürme genommen, um sie zu filmen. Ja, sie wollen es immer noch. Das ist der Puma, ne? Ah. Und ich will nicht, dass die den bekommen. Aber ich hab halt leider kommen und nicht mehr. Vorsicht, der Puma kommt. Ja, ich hab grad gekillt. Okay. Nimm den, geh da hinten irgendwo hin und ähm... pack den auch dann Wagen. Ja, Vorsicht, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Ich hab meinen Wagen schnell. Ah, Kinder. kommt der wagen das kommt wieder die brücke also die lernen auch kein bisschen aus ihren fehlern das ist unfassbar sie kommen über die brücke gerannt kinder 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 ich muss mein pferd entrufen neue waffen ich brauche munizium und ich brauche was zu trinken ja gehen das geht schon so lange soll ich mal auf die zukommen zeigen und ihnen zeigen wie es geht ich habe mich nicht besinnt ich habe mich nicht besinnt auf deren camp ist ja auch viel der eine versucht es glaube ich wieder über die brücke der andere ist hier vorne und er versucht mit painted black nicht ganz oft paint und abschießen ich habe funnier habschuss muss sein freund ist der jetzt weg die lobby verlassen es ist nur noch billy billy saugt ja lutein cleanse this lobby for good ja